Ich werde häufig gefragt, wie lange hält sich Wasserstoff in Wasser? Kann ich Wasserstoffwasser auch mitnehmen? Kann ich das transportieren? Wie lange kann ich es mitnehmen? Hier gibt es eine einfache Antwort. Am effektivsten ist Wasserstoffwasser, wenn ich es frisch zapfe und auch direkt trinke, weil da die Konzentration an gelöstem Wasserstoff am höchsten ist. Dennoch hält sich Wasserstoff eine Weile im Wasser. Ich kann das vergleichen mit Kohlensäure, die im Wasser gelöst ist. Auch die hält sich natürlich eine gewisse Zeit und gast dann nach und nach aus. So ist es auch bei Wasserstoff. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man Wasserstoff in Gläsern zapft und es gleich trinkt, dann hat man den größten Benefit. Aber in so einem Glas hält sich Wasserstoff auch bis zu zwei Stunden. Wenn ich eine Flasche mit Wasser fülle und möchte das über den Tag mitnehmen, zum Beispiel ins Büro, dann ist es ganz wichtig, dass man die Flasche voll, richtig voll macht, das heißt bis zum Rand und dann auch fest verschließen kann. Das heißt ein guter Deckel, der auch wirklich luftdicht verschließt und dann kann man auch so eine Flasche mal über den Tag mitnehmen und das Wasserstoffgas bleibt gelöst im Wasser und man kann davon profitieren. Wenn die Flasche offen ist, dauert es etwa zwei bis vier Stunden, bis der Wasserstoff wieder draußen ist.